Skandhasana ist wörtlich die Schulterstellung. Skandhasana bedeutet, du gibst die Beine hinter die Schultern. Es gibt sitzende Skandhasana und liegende Skandhasana. Raffaela zeigt die sitzende Skandhasana. Im Sitzen gib einen Unterschenkel hinter eine Schulter, gib den anderen Unterschenkel hinter die andere Schulter und verhake die Füße oder die Fußrücken hintereinander. So bist du in Upavishtha Skandhasana in der sitzenden Schulterstellung. Dann gibt's noch die liegende Skandhasana, was letztlich nichts anderes ist als Yoga Nidrasana. Du hast die Unterschenkel hinter den Schultern und du verhackst die Füße hinter dem Kopf und du verhackst die Finger hinter dem Rücken und so bist du in Subta Skandhasana. Es gibt noch viele weitere Variationen. Wenn du wissen willst, wie du all das beherrschen kannst, dann geh auf die Yoga-Vidya-App oder auf yoga-vidya.de und suche nach Yoga Nidrasana. Wenn's dir gefällt, schnell noch klicken auf Daumen hoch oder gefällt mir.